Hi Leute, Willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods, Dicker! Ja genau, Live in the Woods, es geht weiter! Und ich habe jetzt mal geschaut, nach dem letzten Part habe ich ja gesagt, ob es dann eine coole Übersicht gibt über die ganzen Samen, die man hier pflanzen kann. Gibt es jetzt nicht so direkt, also ich hätte es gerne mit Bildchen gehabt um zu wissen ob die da unten mit meiner Farm gut aufgehoben sind, die da jetzt reinkommen. Also in diesem Bereich hier, aber das Problem ist, ne gibt es nicht. Es gibt ja Sachen, die können zum Beispiel da gar nicht angepflanzt werden, aus manchen wird ein Strauch, das passt jetzt nicht so gut zu, keine Ahnung, einer Spinatfarm oder einer Weizenfarm oder sowas. Und da gibt es ja auch was, wo Sträucher draus wachsen oder die Kürbisse. Man muss es dann doch immer halt ein bisschen umbauen, das ist aber eigentlich kein Problem wie ich finde. Ich will aber jetzt was anderes und zwar, ich hätte gerne echt ein cooles Schild. Und da haben wir ja schon mal welche gebaut, das war das hier. Ich glaube das ist zu groß gewesen, wobei eigentlich geht, ne. Wir gucken mal, Schild, das ist mit zwei Füßen, dann gibt es hier diese Blütenkirschholz Schild, Schildchen, ich weiß nicht wo die. Ey gibt es, wozu gibt es denn hier sowas? Radioaktiv? Wie soll ich denn das bauen? Kann man hier einen Bunker bauen oder was? Warte mal, wie funktioniert denn das zum Beispiel? Ja ist klar, rennt der erstmal dagegen? Also einfach nur mit Holzstufen. Ey, habe ich nicht von irgendwas gerade mehr, also sechs Stück wie ich brauche? Da. So hier habe ich ja einen Crafter, haben wir ja auch schon ein paar Parts gemacht. Oh, das kann man so auf den Boden Stecken, dann hängt es aber leider in der Luft Und man kann es nicht beschreiben, oder? Mit Rechtsklick dann Bekochte Schildkröte, Mann Ich suche nach Schild und nicht nach Schildkröte Eine rohe Schildkröte, ey Dann lebt die doch noch Wie kann man die denn jetzt beschriften? Das wäre jetzt cool, wenn ich das mal wüsste Tannenholz Schildchen Das war auch von diesen Schildchen Eingerahmtes Schildchen Rahmenbrett, Bibliocraft Ach, Bibliocraft, alles klar Das werden wir später dann hier auf jeden Fall noch nutzen Zum Einrichten Ah, warte mal, Rechtsklick, Shift Geht das auch hier unten? Nice Aber da kann man nur so Sachen reinpacken Das kann man nicht beschriften Dann finde ich die eigentlich ganz cool Weil die sind nicht so groß Wie ein normales Schild Wenn ich das zum Beispiel jetzt nehme Das ist aber mega hoch Und ich will ja, dass das so ein kleines Schild ist Geht das hier auch mit Rechtsklick? Boah Ey, das ist doch nur so ein kleines Brettchen, okay Das war Quatsch Geht doch Ich hab da gerade eine Idee Ne, okay, alles klar Das geht dann nicht Jetzt nur die Frage Ob die Farbe cool ist Vielleicht pack mal die Wieder weg Was gibt es denn hier noch für Farben Das ist ein Weidenholzschild Ich find's eigentlich schon ganz nice Die sind hier halt blöd sortiert Oh nein Kann ich mir eh nicht ins Inventar packen Haben wir ausgestellt Also nicht serverseitig Sondern wir haben uns drauf eingeschworen Wir klauen hier keine Items Und Ich denke da können Corti und ich Uns gegenseitig vertrauen So, wie ging denn hier dieses Schild? Ach, da brauche ich ein normales Schild Das ist ja heftig Egal, nehme ich mit Und wir packen das, was wir brauchen Am dringendsten ganz vorne hin So habe ich es jetzt eigentlich erstmal geplant So, ein Weidenholzschild Wir machen Ach, hier gibt es ja wieder nicht diesen Crafter Verdammt Aber Holz habe ich genug Wirkenholz Warte mal Wir nehmen mal Eichenholz Zack Nein, das ist kein Crafter Wo sind die Sticks? Da unten Ja, ich weiß, das nervt Man kann hier unten auch leider nicht mit Steuerung alles markieren Und dann entfernen Ich muss es immer mit der Backslash-Taste machen Vielleicht kann man das in den Optionen noch einstellen Inventar Item-Panel-Sortierung Auto Erweitert Suchmodus Erweitert Profilrezepte Oh, Moment Ich glaube Wenn ich jetzt in den Crafter reingehe Dann gibt er mir die Kann ich die da reinpacken Die Rezepte Das ist gut Das geht Ah ja Ich habe das aus irgendeinem Grund ausgestellt Weiß gar nicht, wie mir das passiert ist Ja komm, wir brauchen eh einige So, und dann hatte ich gesagt Dieses Weidenholz hier Ne Weidenholz Da Oh, da müssen wir erstmal die kleinen Schildchen machen Auch kein Problem Weidenholz dürfte ich genug haben Wobei Doch Haben wir War das so? Ne Bum, 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 bum Weidenholz Hallo Wo ist Weidenholz? Hatte ich doch gerade Papier Oh nein Ich brauche Papier Aber Habe ich doch, oder? Haben wir nicht eine Pflanze Die Papier Ausgibt Ging das nicht mit Baumwolle irgendwie? Da kommen die Samen raus Wir können aber nachschauen Mit Zuckerrohr Oder Reis Habe ich denn eigentlich Reis schon? Da gab es doch wildes Wilden Reis Oder Wildreis Wildreis Ich weiß gar nicht, ob ich Zuckerrohr habe Hier wäre so cool, wenn es Refined Storage gäbe Da komme ich nur zu diesen Sachen Leider, aber ich gehe mal eben ins Bett Ey, jetzt haben wir noch nichts gepackt Da hätte ich noch mal vor der Aufnahme gucken können Ey, ich dachte das wäre so ganz simpel Das Schild herzustellen Warte mal Wenn ich Papier habe Wo hätte ich es dann reingepackt? Papier So, hier eigentlich nicht Da auch nicht Da auch nicht Hier waren die Samen drin Zwei Stück Okay Dann geht das eben nur Stück für Stück voran Macht ja nichts Also die Teile Da rein Das Da rein Das Und zack Da haben wir doch schon mal drei Dann können wir wenigstens das Zeug für Speed Wellington Schon mal wieder da unten hin packen Oh nein Ich hasse das Oh, bitte nicht Boah Gerade so nach unten ist so Nervig, ne? Boah Sag mal Was wollt ihr denn alle hier? So, wartet mal Leute Das Lied ist Kaum ein bisschen zu häufig Jetzt in letzter Zeit Boah Das wäre es bei den Kisten, ne? Wenn der da hoch geht Boah Boah Alter, alter, alter Und wie hässlich die aussehen Ich sag jetzt einfach mal Hier fäng Ah, ich hab keine Schaufel dabei Aber hier soll die Farm anfangen Jetzt renne ich schon wieder hoch Ich vergesse immer alles Das ist so typisch in Minecraft Also generell Minecraft ist ja so eins der Wegweisendsten Spiele Danach gab es dann so viele andere Spiele Mit Crafting Systemen und so Es ist ja auch richtig cool Was haben wir denn da noch Kräutergarten war Allerdings das Problem ist Man vergisst immer Sachen Hatte ich auch bei Ark zum Beispiel Um jetzt mal was anderes zu nennen So einmal das Und Hatte ich keine Sticks mehr Doch Ich Ja Ich werde mal gucken ob ich das in den Optionen Vielleicht noch besser einstelle Und jetzt hat er wieder Knast auf Beef Also auf alles hätte er jetzt Knast also Hunger So eine Krassere Ausdrucksweise Ja Es einfach nur eins Das kann weg Findet man ja eigentlich eh überall Diese Teile Allein da oben Sind welche da hinten da Überall Ey hör auf Wieso hat die mir weh getan Wieso Ist die dann auf einmal so abweisend Ja erst Stress suchen Dann weg Und dann wieder Stress suchen Und dann Ja selber schuld Ist das so cool Das soll ein schön großes Feld werden Das muss ich auf jeden Fall dann auch nochmal hier anpassen So Jetzt reicht's mir mit den Papieren Garden Soil Und Wahrscheinlich merkt ihr Was ich schon wieder vergessen habe So dann kommt hier so ein Zaun drum herum Wart mal wie viel ist denn das dann Das sind dann hier Ich wollte ja drei Felder machen So Dings Wieder drei Vielleicht fangen wir aber eher bei dem Weg an Sollten wir vielleicht sogar noch einen Rand machen um den Weg Muss eigentlich nicht unbedingt sein Ich guck mal Vielleicht geht's ja auf Nee geht nicht ganz auf Weil hier soll Dann auch noch Holz kommen Das wäre ja dann eigentlich der Rand Eins Zwei Drei Vier Fünf Boah Ey wenn ich solche Dinger sehe Denke ich immer Da steht einer Eins Zwei Drei Vier Fünf Also zehn werden das gerade mal Wenn man auf der Seite noch pflanzt Sechs Acht Äh Sechs Sieben Quatsch Also eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Es wären dann schon mal 16 Felder Aber wie viele verschiedene Samen habe ich denn schon bitte Allein die die schon abgepflanzt haben Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Alles klar Herz vergessen So groß kann ich es dann nicht machen Sonst baue ich wirklich bis da hinten hin Wenn ich jetzt nur ein Breit mache und dann Holz daneben ne Finde ich auch wieder ein bisschen doof Aber irgendwie so eine Abtrennung hätte ich schon gerne Oder man macht es wirklich direkt nebeneinander so wie hier Und dann nur außenrum Holz mit Zaun Oder vielleicht nur zwei breit Hm Das ist eine gute Frage jetzt Und außerdem will ich hier nicht anfangen Weil das soll ja auch noch so der Weg sein um in andere Bereiche fortzugehen Ja man kann es hier hinten weiterführen auf jeden Fall So ist es ja nicht Wie würde das dann aussehen wenn wir jetzt hier Zack Zack Dann kommt der Weg Da war Was hatte ich gesagt Vier breit Eins Drei So Vier Weil die Brücke von Cordy so breit ist So da wäre dann wieder Holz Ja man muss es jetzt sich ein bisschen abstecken Leute Wenn ich jetzt anfangen zu planen Dann baue ich hier irgendwann wieder komplett um Äh wenn ich anfangen zu baue ohne zu planen So rum Meine Frage ist jetzt Entweder man macht dann hier In diese Richtung So ein Bootssteg Oder geradeaus weiter Und man macht dann hier Also Holz Eins Zwei Drei Das geht nicht auf Ja klar geht es nicht auf Es sind ja dann vier Ich glaube ich mache es ich mache die Felder mal zwei breit Und ich mache das jetzt auch direkt hier Schaufel So Und das Holz nehme ich gleich Ich finde das ganz cool Ja das ist sogar das Standard Holz So Ah ja da war ja Da muss ich mir vielleicht einfach merken Jetzt habe ich hier irgendwie Mist Erde Zur Not kann man ja sagen Man macht dann hier nochmal eine Auftrennung Wo man dann hier so reingeht Und dass man dann das auch nochmal aufgelist Aufgestückelt hat Vielleicht kann man sich später auch noch Irgendwas wie Auto Crafting machen Ich weiß nicht ob das irgendwie möglich ist Also ein Auto Farmer besser gesagt Automatische Farm Also das braucht länger das Zeug So dann machen wir jetzt hier noch so fertig Dass ich dann beim nächsten Mal weiß Was ich hier gemacht habe So Leute Aber an der Stelle bin ich raus Danke fürs Einschalten Gebt mir einen Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Und haut rein Bis dahin Tschüss